Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu meinem Bücherregal-Update, was ihr jetzt kriegen werdet. Wir machen das Ganze jetzt so, da ihr die Bücher so ziemlich alle schon kennt und ich die euch in den ganzen letzten Regal-Videos ja alle schon gezeigt habe, werden wir dieses Video jetzt nicht so in die Länge ziehen. Also ich versuche es jetzt relativ kurz zu halten. Ich werde jetzt nicht zu jedem einzelnen Buch nochmal irgendwas sagen, weil das habe ich bereits ausführlich in den anderen Videos getan. Es soll ja hier nur darum gehen, dass ich euch meine Regale zeige, euch vielleicht nochmal meine Lieblingsreihen zeige, Bücher zeige, die ich toll fand. Ihr werdet in diesem Regal kein Buch finden, was ich nicht gut fand, weil die sortiere ich immer alle gleich wieder aus. Und ja, ich gucke mal, dass ich euch das Regal einmal so im Ganzen zeigen kann. Ich gehe einfach mal die beiden Regale jetzt von oben nach unten. Das sieht einmal so jetzt aus. Alle, hopp. Und dann gehe ich wieder nach oben und schwenke mal hier rüber. Nicht über den Strickwunder dazu sage ich dann gleich noch was. Und das andere Regal sieht jetzt so aus. So. Und ja, wer meine anderen Regalvideos gesehen hat, merkt jetzt, dass so ein Regal hier fehlt. Das steht da drüben in der Stube. Das zeige ich euch ganz zum Schluss. Da steht nämlich auch noch Hardcover drin. Und ja, wir machen jetzt erstmal das Große hier und dann gehen wir rüber in die Stube und dann zeige ich euch das Regal, was dort noch steht mit meinen Hardcovern. Ich habe das Ganze jetzt so verteilt, dass in dem mittleren Regal die Bücher, die gerade so wunderbar angestrahlt werden von meiner Lampe, dass da nur Hardcover stehen. Hier in dem Regal befinden sich nur Liebesromane und in dem Regal sind alles Fantasy-Geschichten. Also High Fantasy, Urban Fantasy, alles was irgendwie mit Fantasy zu tun hat, ist in dem Regal. Und in der Stube drüben in dem Regal stehen meine Hardcover, die ich so auch am liebsten mag. So. Soviel zur Erklärung. Ich würde sagen, wir starten mit dem Regal. Das ist auch das Vollste. Auf jeden Fall ist das Licht heute auch ziemlich bescheuert. Ich habe hier keine Softbox mehr hingekriegt vom Platz her, weil wir ja umgebaut haben im Büro. Das heißt, ich muss mit dem Deckenlicht leben. Und das ist nicht besonders hell und es regnet draußen den ganzen Tag schon. Und es ist bewölkt und dunkel. Und ja, ich kriege ja einfach nicht genug Licht in das Zimmer. Aber ich wollte das Video jetzt nicht noch länger rausziehen. Deswegen leben wir jetzt mit den schlechten Lichtverhältnissen. Aber ihr kennt das ja schon von mir. So. Ich würde sagen, ich baue mal um und schwenke mal darüber. Und ja, bis gleich. So, ihr Lieben. Da die neuen Regale höher sind wie meine alten, reicht das Stativ nicht mehr aus. Und ich muss es jetzt mal in der Hand halten. Deswegen wackelt das jetzt hier alles so ein bisschen. Deswegen beeilen wir uns mit dem obersten Regalfach auch. Das ist auch das Regal, was einfach von Anfang an da schon immer so war und extra ist. Und so ist es mein Jennifer-Armond-Trout-Regal. Da haben wir die komplette Wait-for-You-Reihe plus Fridged und Scorched, The Deadlist und Deadly Ever After. Dann die Tempting Love-Reihe und Dreh dich nicht um. So wie ihre beiden Jugendromane Morgen lieb ich dich für immer. Und wenn es kein Morgen gibt. Ich versuche mich mal auf die Zehenspitze zu stellen. Das ist echt schwierig. Dann haben wir hier Golden Dynasty. Das sind alle drei Teile. Die anderen, wartet, die stehen hier so dahinter. Also das sind alle drei Teile der Golden Dynasty-Reihe. Und hier steht noch von Liza Raven, wohin du auch, ne ich, wie rum, warte mal, wohin du auch gehst. Ich werde immer bei dir sein, die stehen falsch rum. Ja, die Bücher habe ich mit ihr hochgepackt, weil sie sonst einfach nirgendwo hingepasst hätten. Und ich dachte hier mit Golden Dynasty und dem Gold, das passt wenigstens so halbwegs zusammen. Obwohl, diese Bücher da passen auch einfach nirgendwo rein. Naja, auf jeden Fall habe ich die jetzt mit dazu gestellt, weil sie sonst einfach nirgendwo anders hingepasst hätten. Aber diese Bücher sind ja nun auch schon etwas älter. Aber ich weiß, dass ich sie damals sehr, sehr geliebt habe. Ähm, ja. Das wäre das oberste Regalfach. Und ich stelle jetzt mal ab, damit es hier nicht mehr so holprig ist. So, das war das oberste Regalfach. Hier haben wir das zweite von oben und zwar ist das der Beginn meiner Lyx-Bücher. Ich habe festgestellt, ich habe verdammt viele Lyx-Bücher. Ich habe auch andere von anderen Verlagen, aber bei mir dominiert definitiv der Lyx-Verlag. Ähm, ja, fangen wir mal hier an. Das ist die True North-Reihe. Ähm, wer gerne Geschichten über Kleinstädte, Vermont und die wahre Liebe liest, der ist bei dieser Reihe absolut richtig. Ich liebe diese Reihe sehr. Ich fand die Bücher alle bisher richtig gut. Mein Lieblingsteil ist und bleibt der zweite. Huch, das ist der hier. Ähm, Sophie und Jude. Das ist für mich einfach immer noch ein tolles Paar. Aber ich muss auch sagen, ähm, dass ich die Geschichte von Sarah richtig toll fand. Und die Geschichte von Alex fand ich jetzt auch ganz toll. Und, ähm, von May. Ähm, ja, True North. Ihr solltet die Bücher wahrscheinlich alle schon kennen. Dann haben wir hier die Sinners of Stain-Reihe. Jetzt muss ich überlegen, wie sie heißt. Die stehen alle in der falschen Reihenfolge. Die stehen nicht richtig rum. Aber ich habe das so gemacht, weil das farblich so besser zusammenpasst. Also, das ist der erste, zweite, dritte, vierte Teil. Diese Reihe ist etwas für Leute, die es etwas härter mögen. Das sind nicht solche kleinen niedlichen Geschichten, so wie True North. Ähm, das sind etwas, äh, das sind Bücher, wo der Sex, der vulgäre Ausdruck und alles so was im Vordergrund mehr steht. Also, da wird nichts verschönigt, sagen wir es so. Und, ähm, ja, also das ist nichts für Leute, die so ein bisschen zart beseitet sind. Also, diese Bücher sind nichts für Leute, die, ähm, das nicht mögen, wenn es ein bisschen derber auch zur Sache geht und ein bisschen grauer auch im Ton ist. Und, ähm, ja. Deswegen kann ich diese Bücher definitiv nicht jedem empfehlen, weil sie definitiv nicht jedem gefallen werden. Dann, ich muss mal auf diese andere Seite, haben wir hier The Opposite of You mit Schätzeleien. Ähm, davon habe ich auch den zweiten Teil. Der steht eigentlich dahinter, aber den habe ich gerade verborgt an meine Arbeitskollegin. Ähm, The Opposite of You und der zweite Teil ist The Difference Between Us. Es sind auch zwei richtig tolle Liebesromane, wo es so gut wie keine Erotik gibt. Also, es gibt in jedem Buch eine einzige Erotik-Szene und das finde ich gut, weil es muss ja nicht in jedem Buch immer, ne, so wie hier und so, ne. Ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall haben mir, uh, jetzt bin ich vor das Stativ getreten. Auf jeden Fall haben mir diese Bücher sehr, sehr gut gefallen und wer auch gerne Geschichten liest, die so ein bisschen witzig sind, der sollte sich diese Bücher auf jeden Fall angucken. Ja, dann haben wir hier ein Buch, was jetzt auch inzwischen schon etwas älter ist und zwar ist das Paper Sworn von Leila Etter. Ich habe dieses Buch damals wegen des Covers hauptsächlich auch gekauft und zwar sieht das Cover so aus. Ich fand es einfach mega interessant und der Untertitel Ich will dich nicht lieben hat mich damals einfach total angesprochen und ich liebe diese Geschichte auch bis heute noch. Ähm, das ist eine Entführungsgeschichte, aber nicht im klassischen Sinn. Also, das ist nicht so typisch, er entführt sie aus diversen Gründen wegen Erpressung oder so und sie verliebt sich dann in ihn. Das hat schon für mich alles Hand und Fuß gehabt in der Geschichte, warum die alle so reagiert haben, wie sie reagiert haben und, äh, ja. Deswegen mag ich dieses Buch auch heute noch sehr. Also, wer mal eine etwas andere Liebesgeschichte lesen möchte, die nicht unbedingt vielleicht ein Happy End hat, der sollte sich das ja auf jeden Fall mal angucken. Also, kein Happy End im klassischen Sinne. So, dann, ich nehme mal kurz Hawkeye weg. Ich sammle im Übrigen die Avengers Funko Pops, aber nur die Avengers. Also, Marvel, alles, was so in der Richtung ist. Also, wundert euch nicht, wenn hier so ein paar rumstehen. Dann haben wir hier drüben, ich schiebe mal kurz ein Stück rum. So, dann haben wir hier zum einen die Ivy Years Reihe von Sarina Bone. Den fünften Teil habe ich auch schon, der liegt normalerweise hier, den habe ich aber auch noch nicht gelesen. Den habe ich verborgt an meine Kollegin. Ich habe drei Bücher gerade verborgt. Eins, was ich noch verborgt habe, kommt eine Etage tiefer. Ja, also, die vier Teile habe ich gelesen, den neuen habe ich noch nicht gelesen, habe ihn aber schon. Und die Ivy Years Reihe sind richtig schöne New Adult Geschichten, so typische amerikanische College Geschichten. Und wer sowas mag, sollte sich diese Bücher auf jeden Fall angucken. Dann haben wir hier Crown of Lies und Throne of Truth von Pepper Winters. Und, ja, das ist eine Liebesgeschichte. Auch so ein bisschen andersartig mal. Die ist schon sehr, sehr abgedreht teilweise, finde ich, die Geschichte. Und ganz schön weit hergeholt. Aber wer so auf Sachen steht, die nicht unbedingt realistisch sind und die nicht unbedingt so passieren können, der sollte sich das ganz auf jeden Fall angucken. Ja, diese Bücher sind halt so ein typisches Klischee. Reiches Mädchen, was aus ihrem Käfig entfliehen möchte, verliebt sich in den dunklen Bad Boy, wo vielleicht noch ein bisschen mehr dahinter steckt. Und, ja, wer solche Geschichten mag, sollte sich diese Bücher auf jeden Fall angucken. Wie gesagt, die Geschichte ist nicht wirklich meiner Meinung nach realistisch. Sie ist auch ein bisschen abgedreht an manchen Stellen, aber ich mochte die Geschichte auf jeden Fall. Ich habe diese zwei Bücher auch relativ schnell gelesen. Ja, soviel zu Lyx. Ich rutsche jetzt mal noch eine Etage tiefer. So, eine Etage tiefer sieht das Ganze so aus. Hier liegen meine Redwood-Bücher. Mal nicht vom Lyx-Verlag, yay! Sondern vom Kiss Imprint. Die ersten drei Teile der Redwood-Love-Reihe haben mir ja sehr, sehr gut gefallen. Es kommt ja jetzt diesen Monat der vierte. Den werde ich mir auf jeden Fall auch noch holen. Oder ist der schon draußen? Naja, auf jeden Fall hole ich mir den vierten jetzt auch noch. Den muss ich auch lesen. Und, ähm, ja, das sind meine Redwood-Bücher. Über die habe ich ja auch alle ausführlich gesprochen, weil ich habe da auch zu jedem Buch eine Rezi gemacht. Also, da brauche ich, glaube ich, nichts mehr zu sagen. Dann haben wir hier Brittany C. Cherry, Wenn Donner und Licht sich berühren. Ich finde diese Cover wunderschön. Auch das Cover vom neuen Buch, Wenn der Morgen die Dunkelheit vertreibt, ist ja ähnlich nur so in Blau-Türkis. Ähm, auch das finde ich mega schön. Ich habe das neue Buch auch schon gelesen. Das ist das dritte Buch, was ich übrigens an meine Arbeitskollegin gerade ausgebockt habe. Das steht dann normalerweise hier. Ähm, ja, also wie gesagt, habe ich auch schon gelesen. Diese ganzen Bücher von Brittany C. Cherry kann ich euch alle nur empfehlen. Wer sie noch nicht kennt, sollte sie auf jeden Fall lesen. Jeder, der Liebesgeschichten liebt, wird diese Bücher lieben. Es ist einfach so. Ja, dann haben wir hier die Romance Elements Reihe von Brittany. Die sind jetzt soweit nicht in einer bestimmten Reihenfolge, außer dass Schätzelein hier vorne steht. Na, ich sage ja immer, wer wissen will, auf was für einen Typ Mann ich stehe. Bitteschön. Hier haben wir jetzt zwei Bücher, die auch nicht Glück sind, aber wo ich auch sonst nicht wusste, wohin so wirklich. Und warum ist das jetzt hier gerade so hell? Wartet mal, warum hat das hier gerade so ange... Jetzt, ich glaube, so ist ein bisschen besser. Ähm, ja, das sind zwei Bücher, das ist auch eine Geschichte, die zusammengehört. Und, ähm, diese Bücher gibt es inzwischen auch als Taschenbücher. Und ich muss euch diese Bücher hier wärmstens ans Herz legen. Die sind so toll. Diese Geschichte ist einfach... Jamie ist einfach... Es ist einfach eine so tolle Liebesgeschichte. Und, ähm, ja, das ist der erste und das ist der zweite Teil. Und was unseren beiden Protagonisten in dieser Geschichte alles passiert, das ist so... Oh, es ist so zum Haare raufen, wenn man denkt sich so einfach nur, nein, nein, das kann nicht sein. Nein, oh mein Gott, warum ist das so? Ich will das nicht. Also, ich habe mit den beiden echt mitgelitten. Und, ähm, ja, ich kann euch diese Bücher auf jeden Fall nur empfehlen. Also, Fighting to be Free. Nie so geliebt und nie so begehrt. Ich glaube, die gibt es auch inzwischen in einem Buch zusammen. Und, ähm, ja, die sind einfach ganz, ganz toll. Schaut sie euch auf jeden Fall an, falls ihr sie noch nicht kennt. Wie gesagt, die haben inzwischen ein anderes Cover auch. Ich glaube, das ist inzwischen so golden. Also, so gelb, gelblich-goldlich. Und, ähm, ja, schaut sie euch auf jeden Fall an. Definitive Leseempfehlung. Ja, dann haben wir hier die Mona Kastenbücher. Ich glaube, dazu brauche ich auch nichts mehr sagen. Den ersten Teil fand ich nicht so gut. Den zweiten fand ich schon um einiges besser. Der dritte hat mir echt gut gefallen. Der vierte war jetzt so, äh, der vierte. Der vierte war für mich Standard- und Adult-Scheiß. Man kann es nicht anders sagen, ne? Also, wer viel so New Adult-Bücher liest, so College-Geschichten, das wiederholt sich ja dann doch alles irgendwie, irgendwann. Der vierte war auf jeden Fall, ähm, ein bisschen enttäuschend. Die Geschichte hat mich leider nicht begeistern können. Sie war okay. Es ist kein schlechtes Buch. Das Jahre ist das Kacke. Aber es war auch keine gute Geschichte, die sich durch irgendwas ausgezeichnet hat. So wie die hier. Oder die, die geht, die, die beiden sind da echt, äh, Ausnahmebücher für mich, was Mona Kasten betrifft. Weil auch alles andere, was ich von Mona Kasten bisher gelesen habe, war nicht gut. Das, oh, Entschuldigung, das muss ich klar so sagen. Ja. Ich werde aber trotz allem den fünften Teil lesen. Ich möchte dem Ganzen noch eine Chance geben, weil sie mich mit den beiden Büchern echt gekriegt hat. So. Ähm, dann haben wir hier Idol von Kristen Callahan. Kristen Callahan ist auch eine so tolle Autorin. Ähm, die Idol-Reihe, ich finde sie ganz, ganz toll. Ähm, Gib mir dein Herz ist der zweite. Das ist auch gleichzeitig mein Lieblingsteil. Ähm, oh, Scotty ist einfach so toll. Ihr müsst dieses Buch hier lesen. Also ihr könnt die Bücher natürlich alle unabhängig voneinander lesen. Das gilt für alle Bücher bis auf halt die beiden, die gehören halt zusammen. Und, ähm, dieses Buch, es ist so lustig einfach. Es ist einfach so mega lustig, weil der Typ, um den es in diesem Buch geht, das ist Scotty. Scotty ist der Manager einer Band. Und Scotty hat einen Stock im Arsch. Der ist überkorrekt. Der ist durchgeplant zu jeder Sekunde. Und dann kommt Sophie in sein Leben gestolpert und bringt alles durcheinander. Ich muss sagen, für mich war tatsächlich der erste Teil bisher der schwächste. Also für mich kommt der zweite, dann kommt der dritte und dann kommt der erste. Ist in dieser Reihenfolge. Der vierte kommt jetzt nächstes Jahr im, ich weiß es gerade gar nicht, Januar, Februar irgendwie sowas kommt der raus. Da freue ich mich auch schon drauf. Den werde ich auch auf jeden Fall lesen. Und, ähm, ja, mehr gibt es zu diesem Regalfach auch nicht zu sagen. Ich rutsche nochmal. Und so eine Etage tiefe. Eine Etage tiefe sieht das Ganze so aus. Ähm, hier haben wir alles bunt zusammen gewürfelt. Ähm, hier haben wir zum einen die Broken Darkness Reihe von M. O'Keefe. Diese Reihe habe ich ja auch aus dieses Jahr gelesen. Die geht so Richtung Sinners of Sainte Reihe vom Derben Ausdruck her. Also die haben an und für sich nichts irgendwie ähnliches, was die Story betrifft. Aber die gehen vom Ausdruck her und von dem Derben gehen die so in eine Richtung. Ähm, Broken Darkness ist eigentlich eine Reihe, wo man sagen kann, oh, schöner Scheiß. Ne, also man muss es ehrlich sagen, diese Geschichte ist wirklich schöner Scheiß. Aber diese Geschichte hatte trotzdem etwas an sich. Also alle Bücher von dieser Reihe hatten etwas an sich, wo ich doch wissen wollte, was passiert. Und ich wollte immer wissen, wie es weitergeht. Und gerade im vierten Teil habe ich so mit der Protagonistin gelitten, weil die mir einfach so leid tat, wie ihr Leben bisher gelaufen ist. Und, ähm, ja, wer gerne mal etwas abgefahrenere Bücher liest, sollte sich die Broken Darkness Reihe auf jeden Fall angucken. Ich fand sie mega gut. Mir haben sie sehr, sehr gut gefallen, die Bücher. Dann haben wir hier die Mayhem Reihe von Jamie Shaw. Ich habe den ersten Teil gelesen und fand den ersten Teil, ja, der war ganz süß. Und ich habe gedacht, ach ja, das ist so eine Rockstar Geschichte, die man mal lesen kann. Die ist nicht zu überspitzt und auch nicht zu drüber. Dann habe ich den zweiten Teil gelesen und dachte so, äh, das ist nicht meins. Also der zweite Teil hat mir überhaupt nicht gefallen, die Charaktere. Ich bin mit denen überhaupt nicht warm geworden, das war überhaupt nicht meins. Und dann habe ich den dritten Teil gelesen und der dritte Teil war so unglaublich gut. Und dann musste ich natürlich den vierten lesen und der vierte, Rock My Dreams, die liegen irgendwie auch in der falschen Reihenfolge. Der vierte ist Rock My Dreams und der war so unglaublich gut. Leute, es geht um ein ganz normales Mädchen, was Tierarztin werden möchte und um diesen Rockstar und um ihre Cousine. Und du denkst dir die ganze Zeit nur so, boah, wie dumm bist du, Kerl. Das ist so offensichtlich, dass unsere Protagonistin tausendmal besser zu ihm passt in allem, wie ihre dämliche Cousine. Und der Typ rafft das halt ewig nicht. Okay Leute, dieser Moment, wenn die Kamera einfach sagt, ich nehme jetzt nicht mehr auf. Ich rede hier und rede und rede und die Kamera nimmt einfach nicht mehr auf. That's made my day. Ich hatte gerade eben bis zu Rock My Dreams erzählt und dass ich dieses Buch extrem gut fand, als ich sehr mit der Protagonistin mitgefühlt habe und auch ihn die ganze Zeit verflucht habe. Und ja, wer gerne Rockstar-Geschichten liest und die Mayhem-Reihe noch nicht kennt von Jamie Shaw, schaut sie euch auf jeden Fall an. Ich fand sie sehr, sehr gut. Gut, ja, dann machen wir nochmal weiter. Mensch, ich erzähle jetzt alles nochmal, super. Dann machen wir weiter mit dem Buch hier und zwar ist das Player von Wikiland. Das ist der zweite Teil dieser Reihe. Bei Player war es so, dass ich mir den zweiten Teil gewünscht habe statt dem ersten, weil mich der Klappentext vom ersten überhaupt nicht angesprochen hat. Und ich dann aber den Klappentext von dem zweiten gelesen habe und gedacht habe, oh, das klingt eigentlich schon nach einer coolen Geschichte. Und ich habe das Buch dann von Annika mitgeschenkt bekommen und habe mich sehr gefreut und die Geschichte war wirklich gut. Also Player von Wikiland ist auch eine Geschichte, die relativ witzig ist. Die kann ich euch auf jeden Fall nur empfehlen. Ich wollte auch hier die anderen Teile dieser Reihe irgendwann nochmal mitlesen, aber naja, mit mir und lesen im Moment. Ich stehe gerade im Moment mit dem Lesen wieder so ein bisschen auf dem Kriegsfuß. Ich weiß nicht, warum. Ich habe im Moment überhaupt keine Lust zu lesen. Deswegen, Leute, ich weiß noch nicht, wann wieder Videos regelmäßig kommen werden, weil, ja, ich habe nichts zu lesen. Und wenn ich nichts lese, kann ich euch nichts vorstellen und dann kann ich euch auch nichts erzählen zum Thema Bücher. Deswegen ist das gerade ein bisschen doof. Deswegen wird meine Pause immer noch ein bisschen dauern. Ja, auf jeden Fall machen wir dann mal hier weiter mit den Büchern von Geneva Lee. Das ist Now and Forever, Weil ich dich liebe, With or Without You. Und dann steht hier hinten jetzt noch, Finde mich jetzt von Katinka Engel. Das Buch habe ich vom Verlag einfach zugeschickt bekommen dieses Jahr. Das ist im September erschienen und das ist auch eine ganz, ganz tolle Geschichte. Und es hat mich total irritiert, dass die Protagonisten in dieser Geschichte Tamsin und Rysand heißen. Also Tamsin ist ein Mädchen und Rysand ist unser Junge. Und wer jetzt das Reich der Siebenhöfe kennt, weiß, dass dort der Tamsin männlich ist und der Rysand auch. Und es war etwas irritierend für mich am Anfang. Ja, auf jeden Fall ist das auch eine ganz, ganz tolle Geschichte. Diese Reihe will ich auch auf jeden Fall weiterlesen. Aber, ja, Gründe habe ich gerade erklärt, warum das gerade erst mal nicht passiert. Ja, dann haben wir hier, wie gesagt, die beiden Bücher von Ginny Barley. Da ist der dritte Teil inzwischen auch erschienen von dieser Reihe. Den müsste ich mir auch mal noch holen. Den wollte ich auch auf jeden Fall noch lesen. Auch wenn mir der zweite, das ist der hier, wenn mir der zweite nicht mehr so wirklich gut gefallen hat. Deswegen, ja, möchte ich den dritten trotzdem lesen. Mich interessiert, was jetzt mit der dritten Freundin noch ist und was da für eine Geschichte so dahinter steckt. Und den muss ich mir auch mal noch irgendwie holen und dann halt mitlesen. Dann haben wir hier von der lieben Bianca Flying High und Falling Fast. Das war jetzt genau falschrum gesagt. Also Falling Fast und Flying High. Erster und zweiter Teil. Das sind auch nur Adult-Geschichten. Die habe ich jetzt auch erst vor kurzem gelesen. Also es ist jetzt noch nicht so lange her. Und ich muss sagen, die Geschichten sind gut. Es sind schöne Geschichten. Aber irgendwie haben mich die Geschichten, also die beiden Bücher, diese Geschichte ist ja eine Geschichte, die gehören ja zusammen. Irgendwie hat mich diese Geschichte von Bianca nicht gepackt. Und ich kann euch nicht sagen, woran das lag. Ich weiß nicht, ob das einfach nicht meine Geschichte war, ob es nicht meine Charaktere waren. Ich mochte die Charaktere. Ich fand auch die Protagonistin echt gut. Aber die Geschichte hat mich einfach nicht berührt und sie hat mich absolut nicht gepackt. Und ich weiß nicht, woran das lag. Das waren so die ersten Bücher, die ich von Bianca gelesen habe, wo bei mir so der Funkel nicht so richtig übergesprungen ist. Was ich ein bisschen schade finde, denn ich mag die Geschichten von Bianca Josiboni total gerne. Also ja, ich kann nicht sagen, woran es gelegen hat. Aber irgendwie ist der Funkel bei den Büchern bei mir nicht übergesprungen. Anders ist es bei der Reihe hier von der lieben Bianca. Das ist die First-Reihe. Der erste, das ist der dritte, der vierte und der zweite. Da stehen alle nicht in Reihenfolge. Und diese Reihe habe ich total geliebt. Die liebe ich auch jetzt noch. Das sind ganz tolle New Adult-Geschichten auch, College-Geschichten. Und ich liebe jede einzelne Geschichte davon. Und ja, ich weiß nicht, warum Falling Fast mich nicht gekriegt hat. Ich kann es euch nicht sagen, was da gefehlt hat für mich, mich da irgendwie zu berühren oder so. Ich weiß es nicht. Ich kann das manchmal einfach nicht erklären. Ja, aber dafür fand ich die First-Reihe von Bianca umso besser. Eine ganz, ganz tolle Reihe. Und ja, mehr kann ich dazu jetzt gerade nicht sagen. Dann machen wir mal weiter mit dem Stapel hier. Und zwar fangen wir oben an, haben wir hier von Helena Hunting die Mills-Brothers-Reihe. Das ist Hold, Stay und Keep. Da gibt es noch so einen Zwischenteil, der heißt Kiss, glaube ich. Da geht es um das Pärchen aus dem ersten Teil, das ist Stay. Und das sind wirklich absolut witzige Liebesgeschichten. Also die Autorin tut unsere Charaktere hier in Situationen bringen, wo du dir einen Kopf fest mit dem Kopf schüttelst und denkst so, oh mein Gott, zum Glück ist das mir nicht passiert. Also das sind ganz alltägliche Situationen, die jedem von uns passieren können. Und es ist einfach so lustig, was Helena Hunting sich da halt immer wieder einfallen lässt. Also das ist eine klare Leseempfehlung von mir, die müsst ihr lesen. Die sind so toll, das sind so lustige Geschichten und das sind tolle Liebesgeschichten. Und ich mag die Bücher total. Obwohl ich sagen muss, dass der letzte Hold mich nicht ganz so überzeugt hat wie die ersten beiden. Die waren definitiv besser. Im ersten Teil war es gleich am Anfang, habe ich sofort eine Szene im Kopf, wo ich jedes Mal loslachen kann. Und beim zweiten Teil habe ich auch sofort eine Szene im Kopf. Wer das Buch gelesen hat, ich sage nur Flughafenkontrolle. Mehr sage ich nicht zum zweiten Teil. Flughafenkontrolle. Es ist einfach mega witzig. Ja, dann haben wir hier von Kristen Callahan, der Autorin von Idle, nochmal die Game On-Reihe. Die wird jetzt nochmal neu verlegt, habe ich letztens gehört. Von Annika, die hat mir das erzählt, dass die nochmal neu rauskommen. Also jeder, der die Reihe schon mal haben wollte und die Bücher nicht mehr gekriegt hat, sie komme nochmal raus. Und die Game On-Reihe ist auch so collagen-adult, aber so ein bisschen erwachsener, kann man das so sagen. Also der erotische Anteil ist in diesen Büchern schon ein bisschen höher, wie jetzt zum Beispiel bei den Büchern von Bianca. Also man muss halt auch immer mit diesen erotischen Anteilen immer gucken. In einigen Büchern erwartet man es überhaupt nicht. Und dann hast du da eine erotische Szene nach der anderen. Dann hast du Bücher, wo du das dir denkst und prophezeist. Und dann hast du da eine Szene, wenn nicht gar zwei vielleicht maximal drinne. So wie bei der Broken Hearts Reihe von Jaina Showwater, wo ich heute noch über die Cover kotzen könnte. Aber dazu kommen wir später. Und ja, das ist halt so eine Reihe, wo man es auch nicht unbedingt erwartet, dass so viel Erotik drin vorkommt. Man muss auch sagen, dass nur der erste und der zweite Teil eigentlich auf dem College spielt. Der dritte und vierte ist dann schon nach dem College. Da sind die dann auch schon älter, so Ende 20, Mitte, Ende 20. Und da geht es dann halt auch schon ein bisschen derber zu. Also der Erotikanteil in der Game On Reihe ist schon um einiges höher, als man es vielleicht erwartet. So wie hier ist es auf keinen Fall. Bei Bianca ist es ja recht wenig und hier ist es halt recht viel. Ich weiß immer nicht, wie ich das differenzieren soll. So, dann habe ich hier noch von Monica Murphy. Ich rutsche mal kurz den Captain America beiseite. Von Monica Murphy, Never Loved Before und Never Let You Go. Das ist auch eine Geschichte, die zusammenhängt, diese beiden Bücher. Und das ist auch eine Geschichte, in der ein junges Mädchen von einem Mann entführt und vergewaltigt wird. Und ich muss sagen, ich bin bei Vergewaltigung immer sehr empfindlich. Ich mag sowas immer nicht lesen. Und das wird in diesen Büchern bis auf in einer Szene, in einem Kapitel, da wird das kurz beschrieben, was passiert ist. Da kann man aber auch das Kapitel einfach überspringen und auslassen. Das habe ich dann auch gemacht, wenn man das nicht lesen möchte. Aber ansonsten wird das halt nicht direkt erzählt, was passiert ist. Also man weiß, dass es passiert ist. Man weiß, dass sie halt auch gequält wurde während dieser Entführung. Und ja, das wird halt nicht ins Detail gegangen. Und das ist für mich dann okay. Auf jeden Fall geht es um ein junges Mädchen, was entführt, vergewaltigt wird und dann vom Sohn des Vergewaltigers befreit und gerettet wird. Und dann begegnen die beiden sich, ich glaube, zehn Jahre waren es später wieder. Und ja, was dann mit dem Meinen passiert? Das ist es, worum es in diesem Buch geht. Weil im Prinzip geht es halt auch darum, dass er ja der Sohn ist von dem Mann, der ihr das angetan hat. Also er hat damit schon ihr Leben zerstört. Also sie geht kaum vor die Tür, sie geht nicht raus gerne. Und sie hat halt auch Angst vor anderen Menschen. Und er, der ihr das angetan hat, dessen Sohn, sich dann in den zu verlieben, ist schon so ein bisschen so ein heikles Thema. Und ja, darum geht es halt in dieser Geschichte vorrangig. Und das fand ich echt gut gemacht. Und die Autorin hat das für mich auch super gut erzählt. Und ja, ich fand die Geschichte einfach großartig. Wer sowas mal lesen möchte, dem empfehle ich auf jeden Fall Never Love Before und Never Let You Go. So, jetzt habe ich dann nur noch die unteren beiden Regalbretter. Die zeige ich euch dann aber, wenn ich die Kamera abgebaut habe. Deswegen rutsche ich jetzt einfach mal eins nach rechts. Zack. Ich fange jetzt hier unten an und arbeite mich dann nach oben quasi wieder durch. Und dann gehen wir wieder rüber und arbeiten uns von oben wieder nach unten. Ich glaube, das ist so die beste Taktik. Und ich muss jetzt halt immer aufpassen, dass mir die Kamera nicht wieder ausgeht. Mann, 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 Mann. Mann, 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 Mann. Vielen Dank.